Hallo Freunde von Dr.Bott. Heute war mal wieder einer der Tage, zu denen man sagen kann, das hat sich gelohnt mal kurz an den Kanal zu gehen. Also, wie gesagt, ich kurz runter an den Kanal, Köderfisch, Pose, ausgeschmissen und ich glaube es hat 4-5 Minuten gedauert. Da haut es mir die Pose weg und ich denke, das kann ja lustig werden. Naja, noch habe ich ja nicht gesehen, was war. Dann habe ich ein bisschen gedrillt und plötzlich kam dieses zum Vorschein. Ihr glaubt es kaum, eine schöne Forelle. Sie hat den mächtigen Haken geschluckt, natürlich mit dem Köderfisch. Ja, inhaliert kann ich nur sagen. Ja, hat einen schönen Drill gegeben und ich freue mich einfach. Alles Gute und bis bald, euer Dr.Pott.